So, unverändert, wie heute Morgen. Aber wir haben ja Glück, es ist nicht zugekommen. So, und wollen mal darauf hinweisen, dass Sie sehen, dass da am Fenster, dass es da am Fenster richtig total hochgespritzt ist, etwas schwarzes. Und das wurde von einem von den Fenstern geschmissen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Nacht wir es gehört haben, aber ich glaube, wir haben das auch mit aufgenommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Also schön, wir fühlen uns wohl, ne? Also das stinkt, das kann man sich nicht vorstellen, das liegt bis hier schon ganz stark. Man sieht natürlich schön in unsere Fenster an. Man genießt das. Also in unsere Fenster, man genießt das, ne? Das ist ja gut, also wir finden es auch gut. Das ist nicht so, also, das ist schon toll. Wenn Sie gut hingekriegt, ich erinnere nochmal, ne? Dieses Glück, was wir hier haben, die Chinesen haben natürlich nicht auf. Es nutzt man ja jetzt nicht mehr. Das ist jemanden, den Schof, was wir haben. Vielen Dank.